Mission Alien Invasion Oh nein, sie wurden entführt Ob sie wohl auch entführt werden Oha Jetzt wird alles gut Schade Ah, guck mal, sie tanzt mit Gibt es eine Heldin, Hurra Super Gucken wir mal Oh, das ist echtes Feuer Oh, jetzt gerade Okay, oh, da gibt es aber einiges Ich glaube, das scheint größer zu sein Das Büroviertel Das Büroviertel brennt Wir müssen helfen So, jetzt erzähl mir, was wir machen können Danke, du bist wirklich außergewöhnlich Ja, ich habe fast nichts gemacht Meine Fähigkeiten sind das, was wir brauchen Steig nicht mit irgendeinem Fremden in den Aufzug, Peach Das macht man nicht Sie ist unsere Hoffnung System aktivieren Oh wei Jetzt gibt es erstmal Ein paar Fäuste Fäuste der Liebe Verbreite ich mit Hiebe Abgeguckt von Samu Saran Superheldin Peach Oh wei Also entweder habe ich jetzt stark Stark Megaman-Vibes Auf zum Büroviertel Oder Hättest du auch einfach nur deine Freundin Samus anrufen können Die Samus hätte das schon gemacht Avenger Willst du uns beschützen? Nö Niemals Wir lassen nicht zu, dass ihr den Schutzraum erreicht Alter, euch schnuppig weg Mit der linken Titte Let's go Wunderbar Nichts sagt Warte mal Die muss ich sehen Ah Verstehe Ich hab doch hier einen Bus Da waren mal Schulkinder drin Die sind jetzt alle Gebrat Gebrutzelt Ja Alla so Nocto Blockto Du Lümmel Schon wieder Na komm her In your face No problem No problemos mas Für den mächtigen Uterus So Weiter geht's Ah Besonderer Raum Ich weiß nicht Ich find's cool Ich find's tatsächlich ganz cool Bis jetzt läuft hier die Superheldenaktion auch ganz gut Da ist der Schutzraum Gut Alles klar Habe ich mir noch fast gedacht Ich bin spät dran Entschuldigung Auf so eine Situation bin ich vorbereitet Schnell Verwende dieses Gerät Jetzt kann ich fliegen Ich mein Superhelden Die nicht fliegen kann Das ist Oh Jetpack Jetzt musst du deine Superkräfte nutzen um alle zu retten Wir zählen auf dich Auf jeden Fall Fuck Fuck Das war mir schon fast klar. Komm, 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 komm. Luki. So, ich würde sagen, die Samus wird langsam arbeitslos, weil die Fisch macht sich. Oder was meint ihr? Dann könnt ihr ja mal in die Kommentare oder in den Chat posten. So, ich würde sagen, die Samus wird langsam arbeitslos, weil die Samus wird langsam arbeitslos.